hallo und seid herzlich gegrüßt liebe gothic freunde etwas in eigener sache möchte ich euch ans herz legen ich habe euch ja versprochen in einer folge dass ich euch unterstützen werde mit der virtuellen währung von odyssey auf die meiner gothic plattform wenn ihr euch anmeldet registriert und mich abonniert einige haben schon meinen kanal abonniert und einige haben auch schon geschrieben somit weiß ich aha der hat sich bei odyssey eingetragen registriert hat mir geschrieben dann weiß ich ich kann ihm was über seinen community button mitteilen dass ich ihm libres schenke indem ich auf seinem kanal drauf gehe und auf seinem unterstützen button gehe und ihm libres schenke das schreibe ich ihm aber noch textlich auf seinem community button und begrüße ihn natürlich ganz herzlich und vielen dank auch für sein abonnement an meinen kanal bis dahin